Mit diesem Chicken Burger ist nicht mehr zu spaßen, der schickt dich schlafen, den musst du unbedingt ausprobieren. Bismillah. Boah. Feierabend. Halbe Zwiebel in feine Stücke schneiden, 500 Gramm Hähnchenbrust Hackfleisch mit Knoblauchpulver, geräuchertes Paprikapulver, Salz, den Zwiebeln, Petersilie würzen, durchknäte, die Hände dabei feucht halten und zu Burger Patties formen. Die Pfanne etwas einfetten und die Patties darin brutzeln lassen. Das Hähnchenbrust Hackfleisch könnt ihr auch selber im Mixer herstellen. Schmelzkäse drüben, für die Soße eine halbe Avocado zermatschen, Knoblauch reinreiben und dann von meinem Lebenselixier die Pommessoße, etwas Zitrone, Tomatenmark und Salz per wehr. Nur noch die Burger Buns belegen mit der Soße und dem Patty. Fertig ist der ultimative saftige Chicken Burger. Mengenangaben in der Videobeschreibung lasst. Das ist ein Schmäge.